Ja, gerade eben noch die erste Gerudo-Kriegerin besiegt, haben wir einen Schlüssel bekommen, als Siegesbeute aus ihrem Leib herausgerissen. Nein, Quatsch, ich ist weggesprungen, feige Sau. Aber wir haben einen Schlüssel und können den ersten... Es aussieht Handdecker befreien. Bist du hier um mich zu... Was? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegern anschließen, aber dann haben sie uns eingesperrt. Ja, irgendwie scheiße gelaufen. Weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich. Ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Okay, also noch drei Stück. Das sehe ich gerade wenig, was ich jetzt quasi vor mir habe. Uncool. Was ist das denn da oben? Sieht cool aus. Geld? Hey, Herzchen. Auch nett. Geld. Also, drei sind noch eingesperrt. Werden wir mal natürlich schauen, wo wir die auftreiben können. Bin ich einmal gespannt. Okay. Da raus, da rein. Meine Meinung nach. So. Okay. Ich bin der Gäste. Wie? Kann ich nicht gegenrollen? Doch kann ich. Ich bin doch. So, eine Minimale Münzen machen scheint. Egal. Sie machen trotzdem. Vielleicht ist auch mal was Besseres drin. Oh, da fällt mir eigentlich. Ich habe einen Hammer. Ich kann doch gegenhauen. Ah, toll. Eine Wache um die Ecke. Nein. Oh, fuck off, ey. Das wird ein Akt werden. Oh, toll. Ich merke hier jetzt schon, dass es echt für den Arsch wird. Alles, was hier ansteht. Da, 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 da. Da lang. Also, ich glaube hier einfach nochmal durch so. Und anscheinend war hier keine Wache. Nein. So ein Rotz. Ich dachte, das gibt es nur einmal hier. Wie sagt mir das denn keiner von euch? Dass es hier nochmal so ein Rotz gibt wie bei Zeldas Tempel. Äh, Zeldas Tempel. Zeldas Schloss. Nein. Ach, da vorne ist hier. Ich kann jetzt hier rum. Nein. Warte, 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 warte. Hallo, ich bin eigentlich ein Held. Und Helden werden nicht zugefangen genommen. Link. Du feige Stück Scheiße. Ergibt sich immer ohne zu kämpfen. So. Mal jetzt anders hier. So. Ich jump jetzt hier so rüber. Yay. Das klappt. Erst mal um die Ecke gucken. Oh, toll. Da sitzt eine. Wie schön ist das denn? Hm, vielleicht wenn ich den Rücken nimm. Für einen Arsch. Ah, das ist noch eine. Äh, das wird so frustrierend dieser Rotz. Ohne Witze, ey. Da habe ich mich bei Zeldas Schloss so gut angestellt. Kein einzigen. Aber hier hat man null Übersicht, ey. Das ist... Total für... Kann ich die nicht irgendwie töten, die Bastarde? Ah, ja, Wache. Aber gut, ich meine, kann ich sie... ... mit dem Enterhaken betäuben. Kann ich sie mit einem Pfeilenbogen töten? Das wäre auch nicht schlecht. Kann ja mal testen. Und zack. Soll ich hier hingestellt? Nein! Ich will das nicht machen. Mann. Ja, das ist wieder mal der größte Rotz ever. Toll. Na egal, dann machen wir das so. Was soll ich dazu sagen? Das ist... Mist ist das hier. Ich bin doch in so einer Kiste versteckt. Ach, Mann. Ey, das regt mich immer mehr auf. Stopp dir gar nicht. What the fuck? Bleibt doch alles hier. Geht krepieren, ihr blöden Schlampen. Gerudo-Kriegerinnen, ey. Für den Arsch seid ihr. Wie soll ich denn da durchkommen? Ey, ich kann da nicht um die Ecke schauen. Nix. Na dann, Jente. Juhu. Schneller Link. Schneller. Was ist das? Nee, ne? Oh, ich probiere mal eine Bombe. Ey, ist mir egal. Für den Arsch. Wie geht's nicht weiter? Ja, ja, okay, weiß ich jetzt, dass ihr Rotzweg ist. Ich will nicht weitergehen. Ah, da bin ich nochmal. So, da rein. Ich glaube, das mache ich mal einmal vorher. Ja, quasi unblind, damit ich da jetzt nicht 20 Videos dran verschwenden muss. An diesem Scheiß. Und das ist ja mal super langweilig, wie ich alle 10 Sekunden von irgendwelchen Leuten gefangen werde. Geschafft. Komme ich raus. Okay. Da ist eine, habe ich eine gesehen. Da hinten. Jetzt schaut sie zu mir. Jetzt rede ich um, bitch. Da ist jetzt umgedreht. Ich habe dir doch den Enterhaken in die Fresse geschossen, du blödes Stückfrau. Mehr kann ich wirklich tun, außer dich damit anschießen. Na, hier runter. Ey, das ist so nicht, so nicht schön. Es geht gar nicht klar, ey, dieses Ding hier, dieses Rätsel. Das macht mir auch gerade echt keinen Spaß. Ich glaube, das hört man auch, weil ich gerade nicht viel erzähle, oder? Das ist für mich zum Beispiel kein Zelda, sowas. Das ist einfach nur Rotz. Purer Rotz. Ja, Mann. Behinderte Gerudo-Kriegerin, ey. Leckt mich ja am Arsch, ey. Eine Frage, muss ich das machen? Wenn ihr das Video seht und ihr mir sagt, dass ich das nicht machen muss, ne? Dann bin ich hier im nächsten Video so schnell weg. Oder was verpasse ich, wenn ich das nicht mache, besser gesagt? Hier wieder eine Gerudo-Festung. Hier warten wir, bis die sich wieder umdreht. Und weg geht, so, alles ist gut. Schauen wir erst mal, was hinter ihr ist, weil jetzt kann ich mich hier quasi in sie reinschleichen. Ne, kann ich gar nicht. Was ist da hinten denn? Boah, dann sind viel zu viele da oben. So, wir brauchen sich auch gar nicht lang zu gehen. Also, ich gehe mal nicht lang, ich gehe mal hier lang. Aber ich sehe auch gerade, dass unser Video uns vor, äh, vorbei ist. Also, äh, ja, sagt mir mal, ob es sich das überhaupt lohnt. Äh, bis dahin. Tschüss. Und, äh, bis dahin. Und, äh, bis dahin. Vielen Dank.